Hier zeigt sie uns erstmals ihre schöne Schwester. Suki Waterhouse, das hübsche Model, zeigt uns auf dem roten Teppich eines Make-up-Events in Los Angeles ihre Schwester Immi Waterhouse. Alle Augen blickten auf die beiden Blondinen. Ihren guten Modestil bewiesen sie hier auf jeden Fall. Die 21-jährige Immi in einem süßen kleinen schwarzen, ihre ältere Schwester in einem nutfarbenen Dress von Rosetta Grey. Nicht nur Suki ist im Model-Business und kennt sich mit Fashion richtig gut aus. Auch Immi modelt. Doch zu zweit auf Bildern oder Events sieht man die 24-jährige Britin und ihre drei Jahre jüngere Schwester allerdings nicht oft. Verstehen tun sie sich jedoch ziemlich gut und scheinen nicht nur Schwestern, sondern auch Best Friends zu sein. Shopping-Nachmittage und DVD-Abende gehören bei den beiden hübschen Ladies bestimmt zum Programm. Dieser seltene und dennoch strahlende Schwestern-Auftritt war definitiv etwas ganz Besonderes. Shopping-Nachmittage und DVD-Abende gehören bei den Menschen womöglichen Schwestern-Auftritt. Shopping-Nachmittage und DVD-Abende gehören bei den beiden hübschen. Shopping-Nachmittage und DVD-Abendungen